Bauer Feinmechanik. Zersparnung ist unsere Leidenschaft. Von Beginn an, seit 1989, stehen Präzision und höchste Qualität an erster Stelle. Bauer Feinmechanik bietet Fertigungsmethoden für höchste Ansprüche. Zu fast jeder Herausforderung finden wir eine passende Lösung. Die CAD-Daten werden für die entsprechenden CNC-Fräs- und Bearbeitungszentren aufbereitet und übertragen. Unsere Kernkompetenz ist die Fertigung von Einzel- und Serienteilen, auch von sehr komplexen Werkstücken. Wir fräsen mit Maschinen bis zu 5 Achsen und drehen mit Y-Achse und Gegenspindel bis zu 6 Achsen. Bei der Kontrolle ist Fingerspitzengefühl gefragt. In unserem Rohstofflager sind alle gängigen Materialien vorhanden, um schnell den Anforderungen der Auftraggeber gerecht zu werden. Hohe Genauigkeit in Serie, das ist eine der Stärken von Bauer Feinmechanik. Ständiges Messen und Prüfen sichern die hohen Qualitätsanforderungen der Kunden. Im kaufmännischen Bereich wird dafür gesorgt, dass die Aufträge optimal abgewickelt werden. In der Verpackungsstation wird die wertvolle Fracht für Kunden aus der Medizintechnik, Optik, Automobilindustrie wie auch Maschinenbau für die Auslieferung fertig gemacht. Fertigungskompetenz, Qualität, Zuverlässigkeit, Liefertreue und faire Preise. Dafür steht die Firma Bauer Feinmechanik und das schätzen namhafte Kunden seit mehr als 25 Jahren. Das ist eine der Stärken von Bauer Feinmechanik.